Musik Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sind Tücher das wichtigste und wandelbarste Accessoire. In unserer heutigen Folge von InFashion zeigen wir, wie man sie stylt. Ob Rap, so wie ich es trage, Kimono-Style oder Celebrity-Knoten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Unser Gast ist heute Natascha Ochsenknecht, denn die hat eine eigene Tücher-Kollektion designt. Und Natascha, wie kam es überhaupt dazu? Ja, du, das war eigentlich die erste Idee. Ich wollte immer was mit Mode machen und dadurch, dass ich immer auch viel im Flieger sitze, so wie du, habe ich mir gedacht, machst du Tücher. Und Tücher kann man schön verschenken, kann man klein machen, man kann die überall mit hinnehmen. Und das sollte auch so ein bisschen meine Handschrift haben. Und ich denke, kann man ganz gut erkennen. Also hier sieht man auf jeden Fall dein Konterfei. Sieht toll aus, bunt auf jeden Fall. Das soll dein Eye-Catcher sein. Genau, da kannst du dann auch die schlicht anziehen, du kannst es immer variieren. Genau, wir wickeln jetzt mal hier so den Lässig-Style. Einer hätte ich dich an. Passiert schon mal schön an. Du hast zwei verschiedene Formen, nämlich den Schal, sozusagen die Schalform und das Quadrat. Und wir schauen uns heute mal ganz genau an, welche verschiedenen Styles man mit welchem Tuch binden kann. Das machen wir. Natascha, jedes einzelne Tuch erzählt ja eine Geschichte zu dir, ne? Ja, genau. Also hier habe ich zum Beispiel meinen Schmuck aus der Schmuckkiste geholt, auf den Balkon geschmissen und den ganzen Tag liegen gelassen. Und je nach Lichteinfall habe ich das fotografiert. Ja. Und das habe ich hier in London fotografiert, Chinatown. Da habe ich dann witzigerweise Frösche entdeckt, die ich so toll fand. Auch von den Farben, wenn man das natürlich dann zusammen macht, das kann ich dir mal zeigen, natürlich nicht gleich die Frösche. Aber ich mag diese Farben auch ganz gerne. Also nicht nur so pein. Also alle Tücher sind bunt. Ja. Und wir haben ja jetzt gesehen, wie die Styles im Schal aussahen. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was du alles auf Lager hast fürs Quadrat. Genau. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was du alles auf Lager hast fürs Quadrat. Man kann das natürlich mit allen möglichen Tüchern stylen, nicht nur mit deinen, das ist ja klar. Ja, aber meine sind natürlich besonders schön. Na klar. Und wer jetzt angefixt ist, wo kann man deine Tücher kaufen, Natascha? Stylejunkie.com im Internet und natürlich bei Marcel von Berlin. Und das ist halt auch super für Weihnachten jetzt gerade, Weihnachtsgeschenke. Kannst du klein machen, schön verpacken. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Und ich würde sagen, du kannst mich jetzt mal als lebendiges Model überbrauchen, weil ich muss mir jetzt auch mal ein Tuch von dir ausziehen. Genau. Ich wickel dich ein. Ja. Und ich würde sagen, jetzt habe ich Natascha Ochsenknecht echt mal am Hals. Ja, das hast du nun davon. Schön. So, ab nach Hause zu den Kindern. Genau. Mach's gut. Tschüss. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich Natascha Ochsenknecht. Ich würde sagen, jetzt habe ich Natascha Ochsenknecht. Untertitelung des ZDF, 2020